Hallo, ihr seid der... Alex und der Philipp. Ihr zwei seid ja schon zum zweiten Mal an meinem Stand und dort Computerspiele spielen. Was habt ihr sonst so gemacht auf der GameCity? Einfach mal rumgeschaut, Spiele angeschaut, Kontrollen... Was ist euer... Bitte? Wir haben auch gespielt und verschiedene Konsolen ausprobiert einfach. Okay, was ist das Beste von der GameCity? Ja, der Computer auch. Per Computer? Ja. Okay. Könnt ihr selber schon programmieren? Nein. Habt ihr vor, das mal zu lernen? Ja. Super. Okay, wollt ihr irgendwas dem weltweiten Publikum meiner Homepage sagen? Macht Spaß. Macht Spaß. Okay, gut, danke.